Herzlich Willkommen zur legendären Vierdecker Demo! Ja, meine Freunde, heute vier Jahre Gedenktag, erster Lockdown, das Ganze ist jetzt vier Jahre her und der Schwachse geht weiter. Es geht jetzt weiter mit der WHO-Geschichte ab Mai, da sollen 194 Staaten den internationalen Gesundheitsvorschriften und den internationalen Pandemievertrag unterschreiben, liebe Freunde. Und das heißt, Österreich hätte nichts mehr zu sagen. Der Bundeskanzler könnte lediglich durchgehen und sagen, wir haben eine Pandemie und der Herr Tetros bestimmt waren in den Pandemies. Freunde, jetzt ist es Zeit, Gesicht zu zeigen, wenn nicht jetzt wenden! MALCML Paar bestimmte Sachen 이라는 wir Musik 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 Musik